Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Quick Guide für die Quest Gefahr Durgos, die dem einen oder anderen wieder Kopfzerbrechen bereitet, weil sie nicht wissen, wo es lang geht. Wir sind in Donnertotem und nehmen den Ausgang, ja welcher ist er, es kommt darauf an, wo man guckt. Ich würde sagen, so ein bisschen östlich gelegen, zumindest von der Standposition. Wenn man beim Flugmeister ankommt, eben so ein bisschen rechts rumreiten und dann hier über diesen kleinen Wasserfallpass und dann kommt man schon, ja, raus bei den Etkins, die man ja auch für die ein oder andere Hügelprinzen-Weltquest töten muss. und hier ist man auch lang geritten mit dem guten Geistwandler, als man die Höhle mit Todesschwinge und so weiter erforscht hat. Hier müssen wir einfach rein und ganz nach hinten und dann ist er da auch schon. Ist an sich natürlich wieder kein Problem, aber ich habe es wieder des Öfteren gelesen im Allgemein-Chat und folgende Google-Abenteurer werden dann vielleicht hier ihre Antwort finden können. Denn wenn man hier draußen rumreitet, findet man eben ewig keine Möglichkeit, hier wieder hochzukommen. Geht erstmal nur über Donnertote, zumindest am einfachsten, meiner Meinung nach. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Bis dahin, haut rein. Scholls.